Wisst ihr, was das heute ist? Ein ganz köstliches Roggenbrot und ich zeige euch, wie ihr dieses anfängerfreundliche Brot im Topf einfach selber machen könnt. Hallo, hier ist Emma, Emma Magians. Heute heißt es wieder Hefewasser für alle, alles was dein Gebäck begehrt. Es ist wirklich super einfach. Ich habe hier so ein bisschen Anstellgut aus meinem Kühlschrank. Das sind vielleicht so 50 bis 100 Gramm. Das muss sowieso gefüttert werden, das mache ich gleich im Anschluss, aber ein bisschen hiervon nehme ich und gebe das in eine größere Schüssel, denn damit stellen wir jetzt den Sauerteig für dieses köstliche Brot her. Wir brauchen 88 Gramm. Das genaue Rezept findet ihr wie immer unten unter der Videobeschreibung, aber auch zum Schluss nochmal, dann habt ihr es nochmal wirklich ordentlich. Und ich freue mich, endlich mal wieder ein Roggenbrot zu zeigen. Das gab es ja wirklich schon lange nicht mehr. Es gibt immer irgendwie Weizen und Dinkelgebäck, aber Roggen ist super. Ich habe hier meinen kümmerlichen Rest mal kurz ein bisschen gefüttert. Das reicht mir vollkommen für das nächste Mal und kümmere mich jetzt hier um den Sauerteig. Da gebe ich jetzt auch nochmal Roggenmehl hinzu. Ihr könnt dort entweder Roggenvollkornmehl nehmen oder das normale Roggenmehl. Da guckt einfach dann bei Roggenvollkorn werdet ihr ein bisschen mehr Wasser benötigen. Testet euch da ein bisschen ran. Ich habe jetzt normales Roggenmehl genommen, weil ich wusste, dass das von der Wassermenge dann vollkommen ausreicht. Hier jetzt einmal das Wasser. Ich habe Leitungswasser genommen. Das funktioniert bei uns ganz gut, weil wir kein geklortes Wasser haben. Das ist ja tatsächlich sehr unterschiedlich. Normalerweise ist meine Info in Deutschland ist eigentlich kein Chlor groß vorhanden. Es scheint aber auch Gegenden zu geben, wo das ein bisschen anders ist. Also guckt da so ein bisschen nach. Geklortes Leitungswasser geht nicht, weil das die Mikroorganismen abtötet. Deswegen da müsstet ihr dann eben stilles Mineralwasser nehmen. So, das mische ich jetzt hier durch. Roggen ist ja ein bisschen speziell. Ich weiß nicht, ob ihr damit schon mal Brote gemacht habt. Es ist immer so ein bisschen klebriger und dadurch scheuen sich viele davor, ein schönes Roggenbrot zu machen. Aber ich kann euch sagen, das ist so lecker. Also ich bin in meiner Kindheit immer mit dem Paderborner Landbrot aufgewachsen. Das habe ich euch ja auch schon mal gezeigt. Ich verlinke es euch nochmal oben rechts und auch noch mal eine Playlist, wie ihr ordentlich das mit dem Sauerteig hinbekommt. Wirklich gelingen sicher. Es ist kein Hexenwerk. Lasst euch da nichts ins Boxhorn jagen. Ich habe hier eine komplette Playlist. Einmal ein Gesamtvideo und auch nochmal mit einzelnen Schritten. So, ich lasse das jetzt über Nacht stehen, habe das am Abend gemacht und so schön Bläschen haben sich entwickelt. Was will ich mehr? Ich habe jetzt hier mein Roggenmehl, gebe da ein bisschen Salz hinzu und danach folgt noch ein bisschen Wasser. Viel braucht es nicht mehr. Und dann natürlich selbst hergestellte Hefe, das Hefewasser. Tatsächlich solltet ihr bei Roggenbroten auch immer noch mal ein bisschen Hefe hinzugeben. Wie man Hefe ganz einfach selber macht, erfahrt ihr oben rechts unter dem i. Und guckt mal, bei Roggensauerteigen ist es wirklich so, oben sieht es aus, als wäre nichts passiert. Und deswegen liebe ich es, mit Glasgefäßen bei Sauerteigen zu arbeiten. Dann könnt ihr nämlich an den Seiten schauen, wie sich das tatsächlich entwickelt hat. Gerade bei Sauerteig ist das so eine Herausforderung. Aber der ist auch fast immer gelingsicher. So, ab damit in den Mixer, wird schön durchgeknetet. Ich verlinke euch oben rechts auch noch mal mein Video zu den 10 Fakten zu Mehl. Da erfahrt ihr dann wie lange und noch ein paar mehr Extras über Mehl, wie ihr die Brote dann kneten solltet. So, mein Gärkorb habe ich eingemehlt hier mit Roggenmehl und gebe da jetzt auch noch welches auf die Arbeitsfläche. Roggenmehl ist sehr klebrig. Ihr könnt das mit nassen Händen bearbeiten oder mit ein bisschen Mehl. Ich habe absichtlich mehr genommen, denn ich möchte, dass ich in dieses Ende, was ich da jetzt gerade rein knete, viel Mehl rein geht, damit es dann beim Backen aufplatzt. Das wird nämlich meine Oberseite. Ihr könnt auch weniger Mehl nehmen, dass sich das schön verschließt und dann schneidet ihr es auf. Das bleibt euch überlassen. Ich möchte tatsächlich, dass es schön aufplatzt. Deswegen wälze ich die Enden nochmal hier schön im Mehl. Form ist rund und tatsächlich Brotteig mit Roggen ist tatsächlich anders. Guckt mal, ihr seht das an der Form. Hat so ein bisschen was von Knete. So, ab mit dem Schluss nach unten, bei mir jetzt in dem Fall, in das Gärkörbchen. Und dann was Tolles. Das lasst ihr jetzt nicht bei Zimmertemperatur stehen, sondern deckt es ab und gebt es für 12 bis 14 Stunden in den Kühlschrank. Das ist so gelingsicher. Ihr könnt beruhigt eben arbeiten gehen. Und wenn ihr nach Hause kommt, nehmt ihr das Brot raus. Hier habe ich ein Stück Backpapier. Knülle das zusammen und halte es dann unter fließendes Wasser. Und so schön sieht das aus. Das hat nämlich eine Bewandtnis. Und zwar gebe ich jetzt mein Brotteig da drauf. Ich backe nämlich dieses Brot heute im Topf. Und da ist es ja tatsächlich so, dass da immer so unschöne Kanten an den Seiten entstehen. Und mit dem feuchten Backpapier passiert euch das nicht. So, hier ist das gute Stück. Ich habe hier meinen Topf, den ich in dem Backofen vorgeheizt habe. Also wirklich ganz vorsichtig. Ich bin da auch echt einige Male schon drauf reingefallen und habe mich schön verbrannt am Deckel an den Seiten. Deswegen nehme ich hier das Backpapier ganz vorsichtig und gebe das in den heißen Topf. Und jetzt das Backpapier zur Seite. Und ihr seht, das schmiegt sich schon viel besser an, als wäre das trocken. Deckel drauf und wieder ab in den heißen Ofen. Die Temperaturen schreibe ich euch auch nochmal rauf. So, nach ungefähr 40 Minuten guckt euch das an. Ist das nicht super einfach? Das heißt, nach dem Feierabend packt ihr das eben in den Ofen, während ihr sowieso Abendbrot macht. Dann nochmal so 10-20 Minuten ohne Deckel und ich messe vorsichtshalber mit meinem Thermometer nochmal nach. Das kann ich euch echt ans Herz legen, denn dann seht ihr, ob das Brot wirklich fertig ist. Vorsichtig rausheben, über Nacht abkühlen lassen und am nächsten Morgen habt ihr ein fertiges Brot zum Essen. Also einfacher geht Brot backen wirklich nicht. Anfängerfreundlich, super lecker, saftig innen. Also Rockenbrot ist ja wirklich immer klasse. Ihr hört schon wieder, wie ich schwärme. Dieses Video haben jetzt unsere Mitglieder hier exklusiv vorab gesehen vor euch. Falls ihr das auch mal haben wollt, dass ihr Videos vor allen anderen sehen könnt und auch schnelle Antworten auf eure Fragen bekommt, dann schaut mal unter dem Video in den Mitgliederbereich und guckt mal. So ein saftiges, leckeres Brot, tolle Kruste. Das lassen wir uns jetzt schmecken und ich hoffe, ihr probiert das auch unbedingt einmal aus. Wenn ihr das macht, ich habe ja eine Hefewassergruppe auf Facebook, da könnt ihr eure Werke auch posten und euch auch miteinander austauschen. Das ist wirklich eine tolle Möglichkeit. Falls ihr nicht Mitglied werden wollt, um mich zu unterstützen, habt ihr hier nochmal so eine Alternative. Und hier gibt es noch weitere Videos vor euch. Ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen und bin bald wieder zurück.